Mein Name ist Anne Krutschnitt und ich bin die Leiterin des Zentrums für Psychiatrie am KMG Klinikum Güstrow. Seelische Gesundheit im Zusammenhang mit der Arbeit. Das ist ja das Thema der diesjährigen Wochen der seelischen Gesundheit, wie Sie wissen. Und es ist sehr relevant, denn die Zahl der psychischen Störungen im Zusammenhang mit dem Arbeitsleben nimmt stetig zu. Gleichzeitiges Arbeit auf jeden Fall, das ist gut belegt, ein schützender Faktor gegenüber psychischen Störungen. Das heißt, Menschen, die keine Arbeit haben, haben ein höheres Risiko, an einer psychischen Störung zu leiden als solche, die berufstätig sind. Ich werde Ihnen jetzt etwas dazu erzählen, welche Folgen seelische Belastung und vor allen Dingen seelische Überlastung am Arbeitsplatz haben kann, wie Sie bei sich selber feststellen können, ob Sie ja vielleicht an der Grenze sind oder schon tatsächlich eine psychische Folgeerscheinung von Überforderung oder Überlastung in der Arbeit entwickelt haben und was Sie gegebenenfalls dagegen tun können. Seelische Belastung am Arbeitsplatz, wie können die aussehen? Zum einen ist es natürlich so, dass es schlicht und ergreifend zu viel Arbeit sein kann, mit der Sie konfrontiert sind. Also zu viele Aufgaben, eine zu hohe Arbeitsverdichtung. Dann zum anderen ist es auch immer häufiger so, dass Arbeit entgrenzt ist. Das heißt, ja, man wird auch außerhalb der Arbeitszeiten kontaktiert zum Beispiel oder man arbeitet von zu Hause aus, aber außerhalb der Arbeitszeit. Und dann kann es sein, dass Aufgaben einfach zu monoton sind, man zu wenig Gestaltungsmöglichkeiten hat oder dass unrealistische Ziele gesetzt sind. Und was kann dann entstehen? Was entstehen kann, ist das Erleben von Stress und zwar zu viel Stress. Der wiederum kann zu körperlichen oder seelischen Folgeerscheinungen führen. Also beispielsweise Schlafstörungen, Bluthochdruck auf der körperlichen Ebene, aber auch chronische Schmerzen können entstehen, zum Beispiel durch Muskelverspannungen. Auf der seelischen Ebene kann es dazu kommen, dass man nicht mehr entspannen kann, dass man sich erschöpft fühlt, dass die Stimmung niedergeschlagen ist, dass man sich überhaupt energielos fühlt, aber auch vielleicht gereizter ist, dass man keine Freude mehr hat an den Dingen, die einem in der Freizeit zum Beispiel auch Spaß machen oder dass man den ganzen Beruf für sinnlos hält. Es kann soweit kommen, dass sich ein sogenanntes Burnout entwickelt oder auch depressive Störungen oder im Rahmen von so nicht so gut gelingenden Bewältigungsversuchen können auch Suchterkrankungen auftreten. Wie stellen Sie jetzt bei sich fest, ob Sie tatsächlich schon jenseits der Grenze dessen sind, was man auch im normalen Arbeitsleben eben immer mal an Stimmungsschwankungen und an Stress und so weiter erlebt? Hier im Kino liegt dafür für Sie ein Fragenkatalog aus. Das ist eine Seite mit wichtigen Fragen, die Sie sich stellen können. Und wenn Sie mehr als fünf davon positiv beantworten, dann sollten Sie sich die Frage stellen, ob Sie eventuell etwas ändern sollten im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit oder ob Sie eventuell sogar sich Hilfe holen könnten oder sollten. Wo Sie das gegebenenfalls tun können, dazu gebe ich Ihnen später auch noch ein paar Tipps. Wie ist eine seelische Störung eigentlich überhaupt definiert? Die Weltgesundheitsorganisation hat dazu eine ganz handfeste Regel veröffentlicht, nämlich die, dass wenn man sich länger als zwei Wochen so fühlt, dass man einen erheblichen Leidensdruck hat, also dass man bei sich wirklich ein deutliches Leiden wahrnimmt und in seiner sogenannten Funktionsfähigkeit beeinträchtigt ist. Dann ist man sozusagen schon im Bereich der psychischen Störungen. Funktionsfähigkeit bedeutet hier sowas wie, habe ich noch Appetit? Kann ich schlafen? Aber auch kann ich mich konzentrieren? Kann ich mir Dinge merken? Bin ich aufmerksam? Kann ich bei einer Sache bleiben? Seelische Gesundheit im Gegensatz dazu ist definiert nicht nur als das Abwesenheit von einer seelischen Störung, sondern als Wohlbefinden und als das Bewusstsein eigener Stärke, aber auch des eigenen Wertes und der eigenen Würde. Wenn es jetzt also so ist, dass ich denke, es ist zu viel. Ich bin tatsächlich in einer Lage, ich muss etwas ändern. Was können Sie dann tun? Im ersten Schritt geht es dann darum, eben zu analysieren, was sind die Ursachen dieser Belastung, die ich erlebe. Wahrgenommene und erlebte Belastung entsteht immer in einer Wechselwirkung aus der Umwelt und meinen eigenen Einstellungen, Erlebnisweisen und Verhaltensweisen. Also im ersten Schritt geht es dann darum, sich die Arbeit anzugucken. Wie sind die Abläufe? Sind die gut strukturiert? Sind die klar? Sind meine Aufgaben gut strukturiert? Sind meine Verantwortlichkeiten klar? Habe ich genug Teilhabemöglichkeiten an den Abläufen oder fühle ich mich ausgeliefert und fremdbestimmt? Wie ist mein Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen? Häufig sind auch Reibereien im Kontext der Arbeit sehr belastend. Aber auch physische Dinge, wie zum Beispiel, wie ist die Belüftung, wie ist die Belichtung, spielen eine große Rolle und auch natürlich die Pausen. Wenn Sie das so anschauen und Sie stoßen auf Dinge, bei denen Sie tatsächlich der Schuh drückt, dann wäre natürlich der nächste Schritt zum Beispiel mit Vorgesetzten zu sprechen oder auch mit Kollegen sich auszutauschen, ob die das genauso erleben und dann eben das, was veränderbar ist, tatsächlich zu ändern. Wenn es aber Bedingungen sind, die Sie gar nicht ändern können und davon gibt es ja sicherlich immer auch einige, dann geht es darum, die Belastungen besser bewältigen zu können. Also da kommen Sie direkt ins Spiel mit dem, was Sie an Einstellungen und Verhaltensweisen mitbringen. Ganz entscheidend ist hier, eine aktive Haltung einzunehmen. Bedeutet, auch wenn ich im Außen nicht immer alles ändern kann, kann ich große Verbesserungen für mich erreichen, indem ich bei mir etwas ändere. Schon kleine Veränderungen können große Wirkungen haben. Und gerade psychische Störungen sind weder unvermeidlich noch unumkehrbar. Also im Gegensatz zu dem, was viele Menschen so denken, haben psychische Störungen in der Regel eine sehr, sehr gute Prognose, also eine sehr gute Chance, dass sie sich deutlich bessern oder sogar weggehen. Was sind jetzt Verhaltensweisen und Einstellungen, die im Kontext der Arbeit eine Rolle spielen können? Fangen wir mit den Einstellungen an. Natürlich ist es in erster Linie so etwas wie ein Perfektionismus oder sich keine Fehler verzeihen zu können, die dazu beitragen, dass ich Arbeit als enorm belastend erlebe. Also Fehlerfreundlichkeit. Bei anderen, aber gerade auch bei mir selber, ist häufig schon ein Schlüssel dazu, sich besser zu fühlen. Das andere ist ein Gefühl, das viele schildern, nämlich allein zu sein oder Einzelkämpfer zu sein. Und das ist etwas, was nicht sein muss. Also lernen Sie, sich zu öffnen, sich auszutauschen. Ganz bestimmt sind Sie nicht die Einzige oder der Einzige, der die Dinge so erlebt, wie Sie sie eben erleben. Sich Verbündete zu holen und die Kollegen als Gemeinschaft zu erleben, die Sicherheit gibt, ist ein entscheidender Faktor. Das nächste ist dann so etwas wie realistische Ziele zu setzen, sich realistische Ziele zu setzen und sich auch auf die eigenen Werte zu besinnen. Also was sind meine kurzfristigen, aber gerade auch langfristigen Ziele? Und wieso mache ich eigentlich die Arbeit, die ich mache? Wofür mache ich das? Also sich diese Fragen zu beantworten und sich das bewusst zu machen, worum es da geht, kann auch Ihre Situation deutlich verbessern. Als nächstes geht es um Selbstfürsorge. Also Sie setzen sich selber als jemanden, der wertvoll ist und der es wert ist, dass Sie sich um ihn kümmern. Sie kümmern sich um sich selber. Wie denn? Indem Sie zum Beispiel eben tatsächlich auf regelmäßige Pausen achten, indem Sie keine Mahlzeiten ausfallen lassen, sondern regelmäßig essen und, wenn Sie essen, sich gesund ernähren. Sie alle wissen es, ich sage es trotzdem nochmal, weil es so wichtig ist. Tatsächlich soll der Hauptbestandteil jeder Mahlzeit aus Obst und Gemüse bestehen und aus kohlenhydrathaltigen Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Brot, Reis, Kartoffeln, Nudeln. Wenn es Getreideprodukte sind, aber unbedingt Vollkorn. Produkte waren immer möglich. Was gehört noch zur Selbstfürsorge? Die Pausen, die Mahlzeiten, aber eben ganz besonders auch körperliche Bewegung. Also, der aktuelle Stand des Wissens ist der, dass man sich mindestens an fünf Tagen in der Woche mindestens 30 Minuten lang so bewegen sollte, dass die Atmung etwas schneller geht und man leicht ins Schwitzen kommt. Und wenn man das tut, dann macht das einen Unterschied für das Wohlbefinden, sowohl körperlich als auch seelisch. Also, für die Stimmung, für die es entängstigt, also es macht das Risiko, ängstlich zu sein, deutlich geringer. Auch das wurde untersucht. Es verbessert den Schlaf und das geistige Leistungsvermögen, die Auffassung, die Konzentration, das Gedächtnis. All diese Dinge kann ich mit relativ einfachen Mitteln, wie zum Beispiel eben der körperlichen Bewegung, gut beeinflussen. Dabei kann das auch gestückelt sein. Also, man muss nicht 30 Minuten am Stück sich bewegen, sondern auch wenn Sie einmal die Treppe nehmen, statt des Aufzugs. Oder in der Mittagspause 10 Minuten einen schnellen Spaziergang machen, dann gewinnen Sie. Der nächste wichtige Punkt, den ich unbedingt erwähnen möchte, sind Entspannungsübungen. Man kann es lernen, sich zu entspannen, wann immer man will. Das können schon einfache Dinge sein, wie zum Beispiel, in kurzen Pausen an etwas ganz anderes als die Arbeit zu denken. Träumen Sie ein paar Minuten lang Tag. Gönnen Sie es, sich abzuschweifen immer wieder. Vielleicht nicht gerade während der Kernaufgaben, die Sie haben, aber eben in den kurzen Pausen, die Sie sich nehmen können. Eine ganz einfache Entspannungsübung, die man lernen kann, ist auch, für unterschiedliche Muskelgruppen im Körper aktiv anzuspannen, über zum Beispiel 20 Sekunden angespannt zu halten und dann wieder locker zu lassen. Oder eben die berühmten Atemübungen. Das heißt, über eine Minute, zwei Minuten, also das kann gerade am Anfang auch wirklich ganz kurz sein, bewusst einzuatmen, darauf zu achten, wie der Brustkorb sich hebt, wie die Luft eben in den Körper strömt, die Luft ein, zwei Sekunden im Körper zu halten und dann ganz achtsam, also aufmerksam wahrzunehmen, wie die Luft den Körper auch wieder verlässt. Und das dann als Entspannung auch wahrzunehmen. Es gäbe noch viele andere Mittel und ich kann hier nur einen kurzen Abriss geben. Aber wenn all das nichts nicht zu einer ausreichenden Besserung führt, dann ist es mir wichtig, Ihnen zu sagen, Sie können sich Hilfe holen. Vielleicht im Betrieb, also in der Regel gibt es eine betriebliche Gesundheitsfürsorge oder einen Betriebsarzt. Sie könnten sich auch tatsächlich an den Betriebsrat wenden oder an Vorgesetzte. Aber wenn Sie das außerhalb des Betriebes tun wollen, dann gibt es auch andere Hilfsangebote, wie zum Beispiel Angebote der Krankenkassen oder auch natürlich Ihren Hausarzt. Das heißt, Sie können zum Hausarzt gehen, Ihre Beschwerden schildern und der wird Sie gegebenenfalls auch an Expertinnen und Experten wie ärztliche oder psychologische Psychotherapeuten weiterleiten. Es gibt auch den Sozialpsychiatrischen Dienst oder das Gesundheitsamt und natürlich sollten Sie in eine Krise geraten, auch den Telefonischen Krisendienst oder die Telefonseelsorge. Wenn Sie sehr stark in Not sind oder wenn Sie den Eindruck haben, dringend mit jemandem sprechen zu müssen, dann können Sie auch 24-7 ins KMG-Klinikum kommen, ohne weiteres in die Notaufnahme kommen und nach dem Arzt oder der Ärztin vom Dienst des Zentrums für Psychiatrie fragen. Wir stehen auch für Gespräche zur Verfügung, auch telefonisch, Sie können auch anrufen. Und wir sehen auch das als unsere Aufgabe, Sie zu unterstützen, auch wenn Sie gar nicht unbedingt stationär oder teilstationär behandelt werden wollen. Aber wir beraten Sie auch. Schicken Sie mir eine Mail oder rufen Sie an. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Vielen Dank.